Ich sag nicht, dass es einfach ist. Aber wer dich kennt, weiß, was du für ein Mensch bist. Du bist nicht... Du bist kompliziert. Aber du bist wahnsinnig sensibel und du hast wahnsinnig viel zu geben. Meinst du? Na sicher. Ich sag das nicht, weil ich dich liebe, sondern das kann man sehen. Wenn er gescheit ist, dann sieht das auch dieser Regisseur. Egal, ob wir ihm das Baby mitbringen oder nicht. Ich liebe dich. Okay. Okay. Vielen Dank. Guten Tag. Schläft es gerade? Schläft es gerade? Schläft es gerade? Gibt es ihm sicher, dass er sich dafür entscheidet? Das trifft alles employer. Entscheidungen. Und die haben dann Auswirkungen. Und dafür trägt es dann sein ganzes Leben lang die Verantwortung. Also es hieß, wir könnten das alles ganz unbürokratisch regeln. Für uns beide wäre das sehr wichtig. Wir sind Schauspieler. Und wir haben gedacht, so eine grundlegende Änderung würde uns beiden gut tun. Das würde unsere Beziehung extrem gut tun. Was soll denn das heißen?